Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Michael Wendler, eins meiner Lieblingsthemen auf dem Trash-Kanal und ich finde es sehr wichtig, dass ich jetzt hier auch nochmal über ihn berichte. Ich will auch nochmal wahrscheinlich in Zukunft ein größeres Video zu ihm auf diesem Kanal hier machen, aber es hat sich jetzt wirklich Dramatisches auch in seiner Telegram-Gruppe ereignet, denn er übertreibt maßlos und das ist sehr gefährlich. Mittlerweile hat er fast 160.000 Abonnenten in dieser Telegram-Gruppe. Sicherlich gibt es Leute wie ich, die das eher belächeln oder kritisieren, aber es gibt auch einige von seinen Hardcore-Fans, die ihm blind glauben und er postet dort Sachen wie diese hier und das ist ein Original-Screenshot aus seiner Telegram-Gruppe und das ist wirklich gefährlich, was da mittlerweile geteilt wird und ich zitiere hier mal, jeder Covid-19-Geimpfte wird innerhalb von 24 Monaten sterben. Das ist seine Behauptung, das hat wirklich einige jetzt schon erreicht, auch Oliver Pocher hatte das dann auf Twitter auch geteilt und auch sich darüber echauffiert und das wird immer gefährlicher. Er nutzt auch den Kopfverlag, das sieht man ja auch bei diesem Screenshot dafür, um dort Geld mit zu verdienen. Also mit der Angst der Leute zu spielen, er postet dort regelmäßig auch Voice-Nachrichten, die es in sich haben, wo er auch immer wieder das Gleiche, wie hier auch gezeigt, behauptet. Er behauptet, dass alle Geimpften sterben werden und absoluten Blödsinn, den er da von sich gibt und er spielt natürlich auch täglich mit der Angst der Leute, die vielleicht Angst haben vor der Impfung bzw. auch in einer Krise stecken. Denn viele haben ihren Job verloren, sind in Kurzarbeit und haben vielleicht auch die Schnauze voll aufgrund der Corona-Regeln in den letzten Monaten. Und da gibt es natürlich immer mehr Befürworter, auch Attila Hildmann hat ja eine riesige Telegram-Gruppe, wo es auch immer wieder gefährliche Postings gibt und man fragt sich wirklich, wie weit das Michael Wendler gekommen ist und wie weit dieser Größenwahn noch geht. Denn er steht laut seiner eigenen Aussage, das W steht für Wahrheit in Wendler und das ist natürlich eher für Wahnsinn und das ist dann irgendwie schon ziemlich gruselig, wie sich das hier mittlerweile entwickelt hat. Dieser Kopfverlag, müsst ihr euch vorstellen, ist auch eine Seite, wo man ja recht teure Produkte für Survival-Dinge kaufen kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt im Wald geht und man braucht jetzt irgendwie dringend einen Kompass oder man braucht einen Radiowecker, der ohne Strom benutzt. Also so wirklich Dinge für die Apokalypse werden dort angeboten, auch Wasserfilter, die jetzt ein normaler Mensch normalerweise nicht braucht. Die werden dort sehr teuer angeboten und auch beworben und über diesen Kopfverlag wird er natürlich auch unterstützt, denn jeder, der über den Link dann kauft, wird natürlich dann auch ihn unterstützen. Und bei 160.000 Abonnenten gibt es wahrscheinlich einige Leute, die dann über die Links auch kaufen, denn er bewirkt das wirklich in jeder Sprachnachricht, in jedem zweiten, dritten, vierten Posting wird dann auch so eine Werbung gepostet vom Kopfverlag mit vermeintlichen Produkten, die jetzt ganz essentiell sind. Und auch Lebensmittel werden dort beworben, weil wir ja alle hier ja vom Hungertod stehen, beziehungsweise nach ihm ja bald auch die Supermärkte keine Lebensmittel mehr führen und dann ist es natürlich auch wichtig, in Zukunft vorbereitet zu sein. Also er redet dort von irgendwelchen Ereignissen, die total unrealistisch sind. Leider Gottes glauben ihn höchstwahrscheinlich sehr viele und er kriegt anscheinend auch Befürworter, denn er redet auch immer wieder von E-Mails, von Fans von ihm, die da auch anscheinend alles glauben, was er da von sich gibt. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig und auch gruselig und muss natürlich auch bekämpft werden. Und ihr seht ja auch noch bei diesem Screenshot ein Video und das habe ich mir mal angeguckt, absolut durchgeknallt. Da wird dann auch noch mal von einer Ärztin, ja, ganz schlecht übersetzt, dann in Deutsch, ja, quasi irgendwelche Thesen von sich gegeben, die sehr gefährlich sind, ja, dass das dann absolut gruselig ist mit der Impfung und was da alles im Körper passiert und ausgelöst wird. Und das verunsichert natürlich die Leute, die dann schon ein bisschen Angst auch haben und vielleicht auch im Grunde genommen ja nur eine gesunde Skepsis haben und daraus wird dann eine Angst und das ist dann irgendwann, ja, sehr, sehr gefährlich und kann dann halt auch Leute dazu bringen, sich nicht impfen zu lassen, was natürlich jedem selbst überlassen sein sollte, aber was natürlich jetzt, finde ich, schon ein bisschen tricky ist, wenn man Leute so beeinflusst, ja. Jeder soll sich das selber aussuchen, jeder soll selbst auch gucken, was ist für ihn das Beste und dann nach freiem Gewissen handeln. Aber wenn ein Michael Wendler, ja, die Quelle ist, die einen da irgendwelchen Blödsinn immer mitteilt und täglich hunderte Beiträge gefühlt in diese Gruppe postet, also es ist mitunter nicht ungewöhnlich, wenn man mal einen Tag nicht reinguckt, dass da 100, 150 neue Beiträge drin sind in der Gruppe. Und das ist natürlich auch eine Menge an Informationen, die er gar nicht gegenchecken kann. Also er postet da wie wild Dinge rein, die er nicht gegenchecken kann. Alleine von der Zeit wird ja nicht jeden Tag, 24, 7, sich mit diesen Quellen da auseinandersetzen. Und er postet dann einfach wild aus allen Schwobel-Gruppen auf Telegram dann die Dinge und sammelt das bei Michael Wendler in der Telegram-Gruppe drin. Und das dann für 160.000 Abonnenten. Und das sind ja nicht nur die Abonnenten, die dort sind, das wird ja dann auch auf WhatsApp oder auf Facebook oder auf Instagram, Twitter und Co. geteilt oder privat einfach auch rumgeschickt per E-Mail. Und das kann natürlich dann so sehr schnell nicht nur die 160.000 Leute erreichen, sondern vielleicht auch eine halbe Million, eine Million oder zwei Millionen Leute. Und dann gibt es natürlich auch immer mehr, die so einen Blödsinn auch verteilen und auch befürworten, beziehungsweise für richtig halten. Denn es sind immer mal wieder in diesen sieben bis zwölf Minuten Sprachnachrichten zum Teil auch kleinere Wahrheiten drin. Und damit locken die halt die Leute auch an. Es ist so eine Stammtisch-Mentalität, kann man quasi sagen, bei Michael Wendler in der Gruppe. Und ich muss sagen, es nimmt, wie gesagt, unfassbare Formen an. Ich habe die letzten Monate wirklich häufig über ihn berichtet und ich bin jetzt quasi Michael-Wendler-Fachmann, würde ich schon fast sagen. Ich werde hier auch noch mal ein gesondertes Video vor der Kamera aufnehmen, wo ich das auch noch mal ein bisschen strukturierter mache. Ich dachte, ich mache jetzt das nur ein bisschen Podcast-mäßiger und erzähle euch quasi hier auf dem Kanal auch mal, was so in den letzten Monaten bei Michael Wendler abging. Es wird ja auch gemunkelt, dass er jetzt schwere Eheprobleme hat und Co., das findet dann eher auf meinem Trash-Kanal statt. Das soll jetzt hier auf dem Kanal egal sein. Aber ja, er führt in Florida ein vermeintlich schönes Leben, redet dort auch davon, dass Donald Trump natürlich noch Präsident wird und auch Joe Biden abgewählt wird noch. Und dass es dort auch Maßnahmen geben wird in Zukunft, dass die Präsidentschaft von Joe Biden dann quasi hinfällig ist. Das ist auch absoluter Blödsinn. Das muss man jetzt auch keinem erklären, der den IQ über Zimmertemperatur hat, dass das halt schon lange gegessen ist, die Geschichte. Und trotzdem erzählt er immer weiter diesen Blödsinn. Und deswegen finde ich das auch immer wieder wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Denn wie gesagt, so ein viraler Effekt kann sehr schnell halt auch in so einer Gruppe den Start finden. Und wenn 160.000 Leute da sind und vielleicht 10.000 Leute das teilen und für richtig halten, dann sind das schnell 100, 200, 300 oder eine halbe Million Menschen, die dann vielleicht auch ein bisschen einfach gestrickt sind und das dann für richtig halten. Weil ja vielleicht in den sieben bis zehn Minuten auch ein, zwei Sachen drin sind, die quasi diese Stammtisch-Mentalität beinhalten. Und vielleicht irgendwie einen Kern haben, wo man sagt, okay, da gehe ich halt sogar mit und ich bin auch total unzufrieden, weil ich finde ja auch die Maßnahmen schrecklich und mich nervt das auch alles mit der Maske. Und dann wird da mit natürlich gespielt und die Leute werden da immer wieder auch hingelockt in diese Gruppe. Und wie gesagt, man muss ja auch sagen, er kann ja diese Gruppe gar nicht großartig bewerben. Und von daher ist es schon eine Menge, dass es immer so um die 160.000 Leute sind. Das sind schon mal ein bisschen weniger auch geworden. Jetzt sind die wieder ein bisschen angestiegen. Es wird auch gemunkelt, dass er sich die Abonnenten dort dazukauft. Das kann natürlich auch sein, aber es sieht irgendwie auch so aus, als wären da auch Aktive bei. Weil wie gesagt, hier bei den Screenshots und alleine fast 38.000, also fast 40.000 Leute, die nur diesen Beitrag gesehen haben. Mittlerweile sind es vielleicht sogar schon 80.000. Also gut, die Hälfte ist da immer aktiv. Und ich habe zum Beispiel auch eine kleine Telegram-Gruppe, wo ich immer meine Videos reinposte. Und kann euch sagen, dass so ein 50% von den Leuten, die dann irgendwie die Beiträge sehen, eigentlich relativ normal ist für eine homogene, normal gewachsene Gruppe. Das kann ich jetzt nur so behaupten. Denn von meinen knapp 300 Leuten, da sehen die Beiträge auch meistens so um die 100. Wenn es gut läuft, mal 150 oder vielleicht nochmal 60, 70, 80 Leute. Das ist ganz normal, dass es nicht immer 100% sich angucken. Das ist ja wie bei den YouTube-Videos hier. Da sehen ja auch nicht immer, leider Gottes, 50.000 Leute meine Videos, sondern vielleicht ein paar Tausend nur. Und ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich wollte euch jetzt hier erstmal reinbringen in dieses Thema. Für die Leute, die da neu drauf sind und die Leute, die mich auf meinem Trash-Kanal verfolgen, sind da ja schon ein bisschen tiefer drin. Also seid gespannt. Ich werde nochmal das ein bisschen größer auch aufarbeiten. Wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Wochen wird dann spätestens nochmal ein größeres Michael-Wendler-Video kommen. Das wollte ich jetzt so ein bisschen podcastmäßiger hier halten und mit euch erstmal so die Grunddinge in dieser Gruppe angehen, die dort falsch laufen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Bis dann und ciao, ciao.